Du hast nie einen echten Diamanten gesehen. Bist du schon einmal von einem Freund betrogen worden? Du hast kein gutes Gedächtnis. Ich möchte meine Jacke ausziehen, es ist zu heiß. Das Buch erscheint mir einfach. Wissenschaft beginnt, wenn man warum und wie fragt. Jetzt entspann dich einfach. Sie sprechen ein bisschen zu schnell für mich. Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Einige wichtige Papiere fehlen in den Akten. Dieses Problem hat er sich selbst geschaffen. Du hast kein gutes Gedächtnis. Ich möchte meine Jacke ausziehen, es ist zu heiß. Dieses Problem hat er sich selbst geschaffen. Das Buch ist ein bisschen zu heiß. Das Buch ist ein bisschen zu heiß. Ich möchte meine Jacke ausziehen. Untertitelung des ZDF, 2020